...eine gute Einführung gegeben haben in Ihren neuen Zuschaueraum, dass Sie natürlich, wenn Sie dann aber in den Vorstellungen sitzen, nicht so viel über die Technik nachdenken, sondern die Kunst geließen. Darf Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass außer den Veranstaltungen im Foyer dann um 18 Uhr im Westfoyer hier oben eine Ausstellung von Professor Werner Hunau eröffnet wird, geben zum 50-jährigen Jubiläum unseres Hauses, das wir am Dienstag feiern gehen, direkt am 15.12. Und das ist dann heute Abend um 19 Uhr im kleinen Haus noch eine Art, ich möchte sagen, amüsanze Weihnachtsgeschichte, den Messias von Patrick Barlow zu denen gibt. Und ich kann Ihnen versprechen, als ich in der ersten Hauprobe gesessen habe, ich hatte hinterher Bauchschmerzen vor lauter Lachen. Also wenn Sie diesen wunderbaren dritten Advent mit etwas Lachen beschließen wollen, dann kommen Sie doch dorthin, ab 19 Uhr geht es los. Und jetzt haben wir noch als kleinen letzten musikalischen Beitrag irgendwie schon einmal anrundet, mit Birgit Giste, mit einem Stück, jetzt muss ich direkt nachgucken, wie es heißt, von Bernard Andrés und zwar die sogenannte Gewürz-Suite. Sie wird daraus zwei Stücke spielen, von Pistazien und Safran, wenn ich es jetzt richtig weiß. Und da haben wir noch zwei Stücke im Beitrag. Und das ist die nächste Woche schon einmal vorhin.